was und weil wenn man sie dreht habe ich gehört gehen die bluten kaputt also das ist ein schöner eine schöne staude geworden ja und die andere weiß ich nicht da sind die blätter hier hier auch aber da weiß ich nicht was da auch noch entstehen aber die sieht ja richtig fabelhaft wahnsinn sogar die ist die rosa manche sind weiß und manche haben dieses lila blaue rosa